Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3, ne, Far Cry 3 ist es, Fallout 12 und ja, auch wieder alle zusammen. Ich bin so behindert, man. Was ist das denn? Ich weiß egal wer noch da ist, ich will wissen wo dieser Penner hin ist. Wo ist er, ach da ist der dritte. Ich bin so cool. Alter! Ich wollte es ab, dir ist aber gegeben. Spüren wir den Dreckstall auf. Was, dass ich irgendwann der Bösewicht werde. Ja, Plot Twist. Alter, läuft. Was zur Hölle, was ist denn das für ein Typ ey? Ich versuche es gerade nochmal mit dem Sniper. Ey, der ist ja genau so eingestellt wie bei mir. Rui, du hast schon wieder den Sniper genommen. Ah, ich bin eigentlich voll der Sniper-Fan. Letzten Level war das scheiße, deswegen will ich es jetzt nochmal versuchen. Ah. Lass uns den Scheiß schnell erledigen. Ah, so feuerer Kartnab. Und wer rennt rein, natürlich PC. Ja, ich krieg ja keinen Schaden davon. Wieso? Friendly Fire. Hä, das war eine von uns? Ja. Das sind neue Gegner. Ja, ich hab zum ersten Mal Skandassen-Tag installiert. Alter. Bei wem pumpt denn das so? Eisenseele. Was ist bei mir? Eisenseele, mach mal dein Stuttgart 21 aus. Oh, mich wurde getroffen von einem Sniper. Oh, von dem da. Der ist so süß. Oh Gott, Alter. Wo ist übrigens Laden? Okay, mich zerlegt es hier gleich. Ja, jetzt. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Da steht einer mit einem, äh, ja, mit einer MP. Von wer ist schon wieder tot? Ja, ich muss gerade sagen, also Snipern ist gerade nicht so die... Er lebt den gerade wieder. Ja, ey, ich mach hier einen Kill noch mal. Kann ich mal gucken, was hast du noch Zeit? Ja, warten wir noch. Ein bisschen. Genau, da, guck mal, da spielt einer verstecken. Wenn ich, ja. So, Junge, jetzt. Boah, wieso kann ich mich jetzt schon wieder nicht bewegen? Gibt es nicht. Oh, da war einer, da ist einer am Maschinenbewehr. Ich muss nachladen. Aber der Pazzi hat ihn schon erledigt. Nee, ich hab ihn nicht erledigt. Das war aus, warte mal ich. Oh, Hunde. Oh Gott, ich bin erwischt worden vom verdammten Hund. Danke. Das liegt aber eher nach einem Stuhl. Was? Wie hören sich deine Stuhle an, bitte? Ja, wenn der ja wenn knarzt hier. Hab ich gerade Stuhle gesagt? Stühle. Ich hab nur einen Stuhl, der sich so anhört. Ich soll sich in Stühle zockt benennen. Das klingt aber echt schützkomisch. Da ist einer. Ja, ich wollte da auch gerade sagen, da schmürt doch wer. Da ist einer bei mir. Mein Gott. Alter, ich krieg echt keine Kills gerade. Hinter euch ist einer. Und der hat mich übrigens getötet. Das wär ganz cool, wenn einer von euch... Endlich mal. Ich komm schon. Achso. Ich guck, ob ich den da oben noch krieg. Mama, dann doch. Lettet dich. Alter, leck mich doch. Ich hab jetzt... Das kannst du gerade knicken. Ich seh auch gerade nichts mehr. Meine Güte. Nee, Sniper ist hier echt nicht. Da ist das Tor. Also mit Sniper hab ich jetzt schon einige Kills. Das geht hier besser als vorher. Ja, ich krieg irgendwie... Das ist ja nicht, wie man das Tor öffnet. Achso, du machst das. Ja, unser starkes Mädchen macht das schon. Ja. Was wollen wir ohne mich machen? Vermutlich am Tor stehen. Hä? Wieso denn zurück zum Kampf? Was wollt ihr von mir? Dafür nicht. Ich weiß zu schnell. Ich war bei mir auch gerade. Yay. Ab zur Seilrutsche. Jetzt wissen wir ja, wie das geht. Ja, einfach da hinstellen und... Leertaste drücken. Uh, Zweierseilrutsche. Ich geh an die. Hui. Oh. Mein Gott, Crusader Prince wartet. Oh Gott. Sechs, fünf, vier... Oh Gott, schnell rein. Und schweiler. Und schweiler. Nein. Nein. Ich doch, ich bin auch angekommen. Wieso ist denn der peinlich? Der ist doch super. Besonders, weil ich den sicher in Zukunft viele wollen, ja. Mhm. Direkt gehackt. Hier ist mal wieder mein Bogen. Der war cool. Hey, siehst du hier? Ich wollte euch nur warnen wegen dieser Tunnel. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber ihr habt euch damit echt finsteren Gestalten eingelassen. Uh, ganz finster. Was? Wegen dem Tunnel? Ja, genau. Passt. No depressing. All the fighters will be shot. Survivors will be shot again. Wieso gehen wir nicht einfach einen anderen Weg? Wieso haben wir den nicht einfach von uns wieder? Wieso können wir nicht einfach den Panzer ha... Oh, da sind gleich die Gegner. Das sind so die Geräusche, die der Utgard21 immer so macht. Das ist ein komisches Geräusch. Dachte, wenn Eisenseele zufrieden ist, macht er solche Geräusche. Ich sende doch nicht mal. Du hast gerade gesendet. Nein. Doch, natürlich. Ich sehe, dass er im Teamspeak. Ja, ich auch. Die kann es nicht sein. Die ist unfehlbar. Genau. Kollege, wie du ihn liebst. Oh nein, Eisenseele. Nein. Wo ist er denn er schießen? Dann den da. Aufschuss. Warte, warte. Sag mich, ich habe es gerade erlebt. Warte, liebe Seele. Ich komme. Ich komme. Oh mein Gott. Seele. Brüder nicht so. Doch, das ist dramatisch. Ja. Oh Gott. Bitte dir mal den Aufzug. Warum bist du gerade so verschwunden? Wegen des Checkpoint. Aha. Müssen wir denn überhaupt hin, da hinten? Weil du warst tot und dann einfach... Auf einmal hast du wieder gelebt. Ja, wegen dem Checkpoint wahrscheinlich. Ah, hier ist Muni. Und ich lade erstmal nach. Ich wäre schon wieder Hunde und ich habe das Gefühl, dass ich erwischt werde. Ne, doch nicht. Doch, weil ein zweiter Hund da ist. Oh. Oh, das wollte ich hochjagen. Warte, hier ist ein Sniper. Wo ist der? Man, ich muss gerade mal nachladen. Oh, ist er noch Spritzen? Vorsicht, Pisi. Da hinten ist ein Sniper gewesen. Aua. Ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber... Da steht zumindest einer direkt vor mir. Wie lahm ist dieser Aufzug eigentlich, ne? Irgendwas ballert hier schon. Oh, nein! Der Kackwichser! Äh, das da oben. Wie kommt man da rauf? Die Treppe im Gebäude. Oder hinter dem Gebäude. Ich will dich retten. Ah, ich komme schon rauf. Ja, ja, ich sehe dich. Ach, ich bin die Faktik. Nicht die hier abfeuern. Ich mache nächste Runde wieder was anderes. Oh ja, das wäre eine dicke Kanone. Ich hätte meinen Sniper wieder. Oh, guck mal, da sind ja welche. Ja, ja. Es fühlt sich ein wenig. Ach, da oben. Oh, wieder ein Sniper. Oh, gehen wir. Zwei Sniper. Muss gerade nachladen. Oh Gott. Hinten wir auf so Ruhm zuwackeln. Oh, da ist einer. Ich bin tot. Was hat der denn jetzt gemacht? Gracias. Ein Sniper weniger. Noch ein Sniper weniger. So ein Typ weniger. Also ich muss sagen, das Scharfschutzgewehr geht irgendwie jetzt hier deutlich schlechter als in der letzten Mission. Ne, ich finde das geht deutlich besser. Wieder zwei Sniper. Ne, ich treffe halt irgendwie nichts mehr, seit ich da die Mods draufgepackt habe. Alter. Ach so. Da ist noch ein Sniper, ne? Das wackelt halt jetzt echt wie ganz. Oh, nein, Siehle, warte. Ich. Oh, scheiße. Tut euch keins wangern. Ne, 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 keine Sorge. Gut. Ja, jetzt kann ich hier... Ach, jetzt hat ihn schon einer erschossen. Ich doch, ja, genau. Ne, ich, ich muss nächste, muss die Runde wieder wechseln. Das Sniper ist halt hier. Ich komme da gerade nicht mehr zurecht. Ach, ja, nicht. Nein. Oh, fuck, jetzt habe ich keine Waffen mehr. Dann noch was da. Ja, wunderbar, voll. Hangdowns. Oh, ja, da ist ein Sniper. Da darf ich nicht hin, okay. Wo ist denn der? Habt ihr den erwischt? Ja, der Sniper ist down. Ah, jetzt ist noch einer da. Oh, da kommt ein Auto. Es ist Zeit, du willst von hinten. Arschloch. Irgendwo ist ein Fahrzeug. Da ist ein Messer, da. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Alter, wie überlebt das ein Molotow, ey? Ganz ehrlich. Heilige Scheiße. Ja, das musste sein. Wenn Autos da sind, gehören die mir. Oh, Gott, Alter. Nee. Oh, oh, Messer da, Messer da, Messer da. Oh, oh, Sniper. Nein. Du kannst mal weg. Sniper ist down. Auto auch. Die können auch weg. Da ist noch ein Sniper da. Down. Ich dachte, der Aufzug wäre gleich da. Oh, da ist noch einer. Das ist halt ein... Sehr langsamer Aufzug. Ein China-Aufzug. Alter, ich hab den doch hundertprozentig jetzt getroffen. Ja, ich bin gleich tot. So, da ist er schuld. Händlich, ja. Ah, da ist er. In die Tiefe. Hey, Erfolg. Yay. Kann euch irgendjemand für euch die Däule nochmal zusammensetzen, ähm, bringen? Ja. Warum ja was? Wir laufen halt immer noch dem, dem Dings hinterher. Aha, der läuft durch mehrere Höhlen und, äh, was waren das jetzt eigentlich für Typen gegen die wir gekämpft haben? Das sind, also, ähm, im Dings ist es halt so, das sind halt die quasi die, äh, besseren, die Elite-Soldaten. In der Story ist es so, der, äh, ist, du hast ja im Single-Player so zwei... Fraktionen meinst du, oder? Zwei Inseln, genau. Und dann, auf der, die Leute, die jetzt hier rumrennen, sind dann quasi die, äh, Elite-Soldaten vom Heut, also von dem Oberbösewicht, gegen den wir waren. Ja, kommen die Leute raus, natürlich. Ich hab, ich hab ja nur bis zum Watz gespielt, also. Ja. Irgendwo Muni? Achso, wir haben wieder Probleme. Okay. Okay. Der Vorteil ist, ich hab'n Doppel-Kill gemacht. Der Dachteil, jetzt wissen die, dass wir da sind. So, das geht auch schon mal deutlich besser hier. Äh, den hab' ich mir noch schnell geholt. Den hab' ich mir auch noch geholt, sehr schön. Ah, das ist Eisensäßig. Da ist ne Tür. Oh, da oben ist noch einer. Nicht mehr. Oh Gott, alter, geh doch mal. Hahaha. Danke. Läuft mal durch die Tür durch. Ich geh' oben rum, Moment. Äh, wenn sich zwei freuen, streichen, freut sich der dritte. Toll, das Eintrauch. Du versaut den Spruch. Ja, ich hab' ihn total versaut, das tut mir leid. Ist hier unten denn was? Jetzt ist er nicht mehr nutzbar für die nächste Generation. Ja. Du wurscht. Kannst direkt die Tonne treten, ey. Du kannst den. Ich erlöse ihn mal. War ja so klar, dass er das macht. Ich glaub, da ist was kaputt gegangen. Hoppala, wer war denn das jetzt? Das ist die nächste Tür. Ja. Ähm, achso, ich dachte, ich bin schon wo reingepackt. Was war das denn jetzt? Garantiert, dass irgendwann... Jetzt kommen sie von beiden Seiten oder was? Oh, fuck. Alter, hört mal auf, so assi zu sein. Äh, ich krieg hier meine Waffe nicht rein. Aber dafür hab' ich den Tiefen getötet. Und den da auch. Ah, oder auch nicht. Aber dafür hab' ich sie jetzt beide erwischt. Müsst du übrigens aufpassen, von hinten kommen einige. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Danke. Oh, oh, fuck, ey, hallo, bei mir sind, ist einer. Ah, jetzt ist er nicht mehr da. Das ist der da. Hast du den Down gebracht, oder? Oh, ein Laptop. Das sind einige. Alter, die vermehren sich doch, während wir sie erschießen. Zwitter. Alter, ich kämp' hier rum, weil die... Oh, scheiße! Oh, oh. Das war ein bisschen zu viel. Aber wir sollen säubern, okay. Warte, ich hol dich eventuell mal irgendwann. Säubern, das ist jetzt nicht falsch, Arno. Wie der rumliegt. Ich häng' hier in der Ecke rum und Sniper, die nach und nach tot, ja. Eigentlich dachte ich, dass da Muni gibt, aber... Oh, da ist ne Karte. Anscheinend will er sich mit jemandem treffen, bei einer Wart, ein paar Meilen weg. Ne, nur den Punkt. Gut, dann los. Ich trinke echt Herpes. Ah, hier geht's weiter. Da konnten wir vorher nicht durch, wir mussten... Die Tür öffnet sich nur, wenn alle tot sind in dem Raum. Ja, und wenn du die Karte aufkommst, wenn du die Karte angeguckt. Das ist das ein... Da ist halt ein geheimer Schalter dran. Da ist Muni, 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 Muni. Aber dass mir das Explosiv wird, das ist mir wurscht. Die restlichen ist da nicht, ne? Äh. Oh, endlich wieder raus hier. Hier sind zwei Türen, die werden sowas von hinten kommen. Hinten, ja, Tinten, die zwei. Ach, Ziegel. Ah, da ist Muni, Strui. Was, wo, wie? Hier, ja, da, ah, perfekt. Ganz cool. Ich gehe gar nicht hoch, weil die alle da sind. Nein, die sind auch hoch. Hoppala. Oh, Gott. Das ändert nicht, Punkt, hier. Boom. Achso. Dann hättest du auch gerade ein bisschen. Alter. Was willst du noch alles überleben? Da ist er. Habe ich dem schon dreimal in den Arsch geschossen hier? Da ist ein Hund irgendwo. Ja. Oh ja, vermute ich mich gleich. Äh, wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Dicker. Äh, wo geht's denn hier hoch? Ach, Seilrutsche. Äh. Immer super. Achso, da ist einer. Ehe nur ein großer, ne? Ja. Ja, ich habe Markierungs Assist. Äh, bin ich hier richtig? Äh, ja. Danke. Äh, was passiert hier? Ich habe Spaß. So, gehen wir mal hier rein. Gebt Gas, ich habe Spaß. Hier ist Muni. Oh. Uh, auch normale Muni. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr jetzt. Ach Gott, die vier Schuss kann ich jetzt. Wie lange nehmen wir schon auf? 17 Minuten. Ich bin schon auf dem Weg. 17 Minuten. Achso. Oh, da ist jemand. Vielleicht bis zum nächsten, äh, Zwischenpunkt. Jetzt habe ich die Leiche weggeballert. Da hat sich gerade einer versteckt. Wo ist denn der? Hin, da ist er. Boah, schreck mich nicht so, ey. Keiner. Nehmen wir, ist ein Mischi hier. Warum seid ihr alle da oben und keine Sniper und ich bin hier unten und nicht? Sniper. Tja. Ist wohl dein Beruf verfehlt. Alter, irgendeiner schießt hier auf mich. Wer ist das? Ich. Wieso? Weil ich einfach Lust drauf hatte. Tut mir leid. Das ist Assi. Hör auf damit. Es hat sich gerade so ergeben. Da war was Rotes und ich dachte, ich erschieße das Rote. Oben ist noch einer. Du nervst dir wohl. Ja, ja, da ist noch einer. Harbin. Gut. Da ist noch einer. Boah, ey, dieser Hintern. Unglaublich. Harbin. Wir gehen schon mal weiter. Ähm, geht's nach unten? Anscheinend. Geronimo! Heilige Scheiße. Ah, jetzt tut mir mein Fuß weh. Ich sollte nie wieder Kerzen hier machen, ja? Kerzen? Kerzen. Kennst du die Sprungfigur? Ach so. Man kann auch schnell schwimmen, ne? Ach ja. Wie ging das? Oh, tatsächlich. Shift. Du dreckiges Shift. Oh, dann ist die Keindrücken, so wie ich. Ich finde einen Weg aus dem Bunker. Wieso sind wir denn überhaupt in dem Bunker? Ja, wir müssen halt weiterkommen. Durch den Bunker durch und dann kommen wir halt. Unser Auftrag, Adolf Hitler töten. Also da hat sich die Story aber... Da gibt's ja eine tolle Theorie. Äh, wisst ihr warum Adolf Hitler so ein mieser Mensch oder böser Mensch geworden ist? Oh, fuck. Ich werd von einem Hund attackiert. Warum war Adolf Hitler ein Böder? Boah, Sniper! Wegen den ganzen Zeitreisenden, die versucht haben, ihn zu töten. Das hat ihn einfach die Kindheit ruiniert. Ja. Das wird's wahrscheinlich sein. Das wird's realistisch, ja. Next ist Heilbinde. Jawohl. Rein vor Schmerz. Oder wir schießen die einfach... Aber wer ist denn das? Wo krieg ich... Ach, da hinten sind noch welche. Ich hab mich auch grad gefragt, wo ich Schaden herkrieg. Du kannst auch sterben. Ich hab' auch keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen. Na toll. Geh' in die Knie. Granate. Na, Sniper gerade ziemlich uneffektiv. Ich bin auch völlig falsch hier unten. Rechts war einer. Ja, scheiß, aber nicht. Gut geworden. So, letzte Munition. Hier ist aber direkt zum Mitnehmen. Jawohl. So, dann können wir jetzt grad mal Pausen- oder Folgenstopp machen. Passt grad ganz gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.